ja eine nach dem anderen kein stress wir haben das kernel kelly denkmal entdeckt ja dann gehen wir doch dann mal rauf vielleicht hat der kernel ja eine schaufel ein bisschen weg dann hören wir uns mal an auditor denkmal für könne kelly sie den anblick genießen und die geschichte auf sich wirken lassen sollten sie den gebrauch von reinigungsmitteln der marke abrak so in erwägung ziehen ich würde es tun dieses denkmal tief im bewaldeten herzen von herzen des ländlichen apalachia mit blick auf den majestätischen hatte das infanterie regiment first west virginia gegründet und wurde im mai 1861 zu seinem karl ernannt im juni desselben jahres wurde er bei der schlacht von philippe äh philippe schwer verwundet ich glaube auch der karl hätte abraxu reinigungsmittel benutzt weitere informationen schlacht von philippe erhalten sie auf dem philippe soldatenfriedhof ich kann es kaum erwarten sie dort begrüßen zu dürfen ok das war es nicht ach ja franklin kelly 1807 bis 1891 und ich gehe zu den rest kann ich nicht so richtig lesen aber ok haben wir das doch auch so was ist denn da unten da ist der standort bravo da ist der standort bravo da sind die atomraketen das ist also bravo aha ok 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 Okay.